Hallo zusammen und willkommen zurück in Ark Survival Evolved. Ich habe gedacht, ich probiere es mal mit einer Aufnahme. Naja, man sieht an der Grafik, dass sie jetzt nicht so hoch eingestellt ist. Der Gando ist bei mir. Irgendwo auf der anderen Seite des Zaunes. Irgendwo... Ähm... Wie ihr seht, bin ich in einem Gehege mit zwei Mammuts. Ich habe noch keinen Namen dafür. Also wenn ihr Namensvorschläge habt, das ist einmal ein Weibchen und einmal ein Männchen. Klar, ne? Denkt man ja, Brutgehege. Ähm... Immer her damit, weil uns gehen langsam die Namensvorschläge aus. Hahaha... Ähm... Na, also einfach in die Kommentare damit. So, wir... Ich möchte mit Gando zusammen... Die beiden... Achso, da ist das Essen drin. Verpaaren. Das heißt, wir stellen die jetzt einmal auf Wandern. Hoffentlich überrennt er mich jetzt nicht. Wir haben den Zaun vorne. Vorher hatten wir ja hier ein Kleintiergehege. Uaaaaaah... Ähm... Ah, 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 ah! Alter! Ich hoffe, die kommen backen sich hier nicht raus. Weil zwei müssten eigentlich reichen. Hilfe! Äh... Ich stehe hier genau drin. Einer ist draußen, kann das sein? Nein. Oder sieht das nur so aus? Nein, sieht wohl so aus. Achso. Ja, wir haben ja noch mehr Mammuts auf dem Gelände. So, dann gucken wir mal. Missy? Wie geht's dir? Und Leute, drück dir ein kleiner Mal die Daumen, dass sie Drillinge kriegt? Naja, sie wird ja jetzt erst mal schwanger. Nein, nicht Drillinge. Ich möchte keine Drillinge. Das wären ja Monster. Und wenn sich überlegt, dass wir ja schon so viele Tiere haben, ähm, wir werden demnächst mal ein bisschen umbauen, umsortieren. Ähm, wir haben ja einige Tiere, die wirklich nur, ähm, für, zur Hilfe da sind, dann, oder mal zum Erkunden, bei den Flugkügeln. Ja, äh, A dreht gerade Türetten. Ne, so auf der Stelle. Ja, sie kommt halt nicht weiter, weil er immer im Weg steht. So, müssen wir mal gucken. Wie ihr seht, sind die auch ziemlich groß. Wir hatten ziemlich Glück beim Tamen, dass die halt, äh, nicht nur mal extra einen auf die Nase gekriegt haben. Ne, Mister? So, da hinterher seht ihr Manni. Manni ist, glaube ich, das ist dein, 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 äh, Kotzel, ne? Ne, Manni ist unser Mammut. Das ist, weil das ein Pech schwarzes war. Haben wir es mitgenommen. Von die Jungs ist mitgenommen. So, mal gucken, Perle. Du müsstest doch jetzt recht fertig sein, hier. Jawohl, sie ist schwanger. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder, kurz vor der Geburt. Und sage bis gleich. Ciao. So. Da sind wir wieder in Ark Survival Evolve. Unsere Mammutdame ist bald soweit. Wir erwarten, naja, mal gucken, ne? Was kriegen wir da gerne noch? Bitte nur eins, bitte nur eins, bitte nur eins, bitte nur eins. Bitte drei, bitte drei, bitte drei. Ey, ja. Damit du was zu tun hast. Wir sind sonst noch langweilig, sagst du. So, Bären packe ich mir schon mal in die Tasche. So, von jedem etwas. Was sind denn die ganzen Meo-Bären? Da. So. Dann schucken wir mal. Schucken? Gucken wir mal. Was ist wie jetzt? Ah. So, gleich ist voll. Mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt was wird. Mal schauen. Wenn ihr sie seht, dann wisst ihr, da ist was geworden. Wenn ihr gleich rauskommt, Ganu, dann bitte, ähm, einmal die Mama ein Stück vorreiten. So, ist es da? Es ist ein... Oh, der Kleine ist auf Wandern. Warte, warte, warte. So. So. Baby eins machen wir mal draus. Baby eins. Wandern ausstellen. Und gleich Futter rein. Mal gucken. Es ist ein... Äh, ja. Mal gucken. Es ist ein Mädchen. So. Ich geh noch mal ein Stück nach hinten. Wolltest du, Mama, mal wegreiten? Ein Stück nach vorne? Ja, ich muss dir erstmal einen Sattel holen. Ach so. Hab ich den noch in der Tasche? Nee. Warte, ich stehe unter ihr. So, jetzt. Er hat sich das Baby unter sich. Warte, ich muss das Baby rausziehen. Kommen wir hier raus? Kommst du mit? Ja, komm, ich zieh dann das Baby mal raus. Ja, komm, Krümel, komm. Oh, ist er nicht süß. Da. Noch ein Stück. Da kann er eigentlich stehen bleiben, ne? Ja. Ist er nicht süß? Guck mal. Oh. Ist er nicht süß? Der kleine Krümel. Du kannst ja in den Hohenstaschen stecken. Ja, ne? Herrlich. So, mal gucken. Ja, hat schöne Werte, ne? 20.000 Essen. Alter, Walter. Ihr könnt schon so viel. 860 tragen. 6.400 Leben. Na? So. Falls ihr euch wundert, wir haben das Erwachsenen... Also, die... Dieses, äh... Diese Zeit ein bisschen erhöht, damit die... Babys ein klein wenig schneller erwachsen werden. Deswegen lief das gerade auch so schnell. Wie gesagt, das kleine Würmchen braucht auch noch einen Namen. Wenn ihr... eine Idee habt, dann schreibt es bitte auch unten in die Kommentare. Wie gesagt, das Mädchen. Oh, süß. Moment, jetzt wollen wir mal gucken. Machen wir ein Bildchen? Oh. Machen wir ein kleines Foto von... So, mitten in der Aufnahme. Na gut. Ich danke euch. Und... Ja. Wir sehen uns dann, wenn es wieder größer ist. Oder in der nächsten Folge. Mal schauen. Bye. 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 Vielen Dank.